Besser bürchtigt für ihre überlegenen Jäger. Sind sie der Fluch der Karibik? Der Tigerhai, König der Karibik. Kaum ein Jäger ist zu erfolgreich. Er schmeckt Blutpartikel in einer Verdünnung von 1 zu 10 Millionen. Einen verletzten Fisch findet er über Kilometer. Mit speziellen Sinneszellen am Kopf registriert er selbst minimale elektrische Impulse und ortet damit jedes Tier in seiner Umgebung. Die großen Meeresschildkröten fühlen sich im Seegras sicher. Doch der Tiger lauert geduldig auf die Schwäche der Reptilien. Etwa alle 20 Minuten kommen sie zum Atmen an die Oberfläche. Jetzt sind sie verletzlicher als am Boden. Der Panzer ist zentimeterdick. Der Beißkraft des Tigerhais würde er nicht standhalten. Aber zuerst geht er Heidi Flossen an. In Minuten hat der größte Jäger der Karibik sein über 100 Kilogramm schweres Opfer zerlegt. Jäger wie der Tigerhai sind für die Unterwasserbewohner so etwas wie der Fluch der Karibik. Mit Einfallsreichtum und besonderen Strategien versuchen sie sich zu schützen. Der Torpedo-Barsch, ein häufiges Opfer von Haien und Rochen, wurde deswegen im Verlauf der Evolution zum einfallsreichen Baumeister. Aus Korallenschutt errichtet er eindrucksvolle Burgen. Darunter verschanzt er sich tief im Boden vor den Räubern. Dem Fleißigen folgen die Faulen. Zwei Farben-Riff-Barsche nutzen als Untermieter die Bauwerke. Aber wenn sie Nachwuchs haben, ändert sich ihr Verhalten. Dann wird er sonst scheue Winzling zum furchtlosen Beschützer. Wer seinem Gelege zu nahe kommt, hat nur zwei Optionen. Rückzug oder Stress. Erfahrene Nachbarn wissen, der Richtungswechsel der Purpur-Schnecke so nah am Nest wird sofort bestraft. Mag die Schnecke auch 50 Mal schwerer sein, sie muss weg. Wenn die Luft rein ist, wagt sich auch der Kieferfisch aus seiner maßgeschneiderten Röhre. Und erst, wenn wirklich niemand mehr mit Zähnen in der Nähe ist, werden die Eier kurz gespült und somit frischem Sauerstoff versorgt. Eine Woche lang behütet das Männchen die Brut. Fressen kann der Maulbrüter in dieser Zeit nicht. Doch nicht immer sind Jäger wie die karibischen Haie eine Bedrohung. Wenn er so gemächlich schwimmt, spüren die Stachelmakrelen, dass der Hai keinen Hunger hat. Dann wird sogar ein Jäger zum Gejagten. Nichts eignet sich besser als die raue, schleifpapierartige Haut der Haie, um lästige Parasiten abzustreifen. Der Jäger degradiert zum schwimmenden Beauty-Salon. Haie haben noch andere ungebetene Gäste zu ertragen. Fische wie der Schiffshalter heften sich mit Saugplatten an die Jäger. So brauchen sie selbst nur wenig Energie fürs Schwimmen. Und wenn der Hai frisst, fallen immer ein paar Bissen ab. Wenn er nicht frisst, gibt es andere Alternativen. Wohin die Räuber schwimmen, hängt von Faktoren wie Strömung, Mondphasen und Temperatur ab. Denn nur dort, wo Kleinstlebewesen angetrieben werden, versammeln sich viele Fischarten. Dann stimmt auch das Nahrungsangebot für die Raubfische. Jedes Riff, jede Insel, jede Küste der Karibik hat ihre Eigenart und zieht bestimmte Jäger zu bestimmten Zeiten an. Wenn es Nacht wird, über der zu Honduras gehörenden Insel Roatan, taucht ein geheimnisvoller Fisch aus der Tiefe auf. Direkt vor der Küste fällt der Meeresboden beinahe senkrecht auf fast 3000 Meter ab. Deshalb ist das weltweit einer der wenigen Plätze, an dem sich dieser Tiefseebewohner beobachten lässt. Man muss sie nur finden. Bei nur 20 Meter Sicht ist es eine herausfordernde Suche für den Tiefseeforscher Karl Stanley. Eine Suche in einer lebensfeindlichen Welt, in die er mit seinem selbstgebauten U-Boot bis in 900 Meter Tiefe vorstoßen kann. Der Druck ist 90 Mal höher als an der Oberfläche. Hier unten herrscht eisige Kälte. Karl Stanley sucht ein Tier, von dem wir nicht wissen, wohin es wandert, wie es lebt und wo es sich fortpflanzt. Er sucht den legendären Sechskima-Hai. Bis zu drei Tage können Karls Expeditionen dauern. Drei Tage, in denen er ganz allein ist an Orten, an denen noch nie ein Mensch war. Karl Stanley ist nicht nur als U-Boot-Bauer, sondern auch als Biologe-Autodidakt. Mit seinen Kameras hat er hier fast 50 Tierarten zum ersten Mal dokumentiert. Und dann, nach sieben Stunden warten, taucht er endlich auf. Seit Jahren versucht Karl, die Geheimnisse und die Wanderungen der Sechskima-Haie zu verstehen. Die Tiere sind nicht nur in der Karibischen See, sondern im ganzen Atlantik zu finden. Aber keiner weiß, wie viele Tiere es überhaupt gibt. Sechskima leben meist unterhalb von 1000 Metern. Viele verenden auf ihren Wanderungen in Tiefseestellnetzen. Karls Befürchtung, der Sechskima-Hai ist bereits vom Aussterben bedroht. Sechskima-Hai jagen in völliger Dunkelheit. Und als Karl dem über 5 Meter langen Tier vorsichtig folgt, erlebt er, wie lichtempfindlich der Hai ist. Die U-Boot-Lampen blenden ihn. Karl will ein Tier besendern. Dann könnte er die Wanderungen der Haie dokumentieren und Schutzgebiete beantragen. Doch obwohl der Hai nahe am U-Boot bleibt, kommt er nicht in die Reichweite der Harpune. Schließlich verschwindet der Riese in einer Schlammwolke. Anscheinend wittert er Nahrung. Krustentiere oder Aas, das von der Oberfläche herabgesunken ist. Ohne Sicht verliert Karl fast die Orientierung. Als plötzlich ein zweiter Hai auftaucht. Obwohl die Tiere zum Greifen nah sind, den Sender anzubringen, ist unmöglich. Immer schlechter wird die Sicht. Jetzt an einem Felsen zu stoßen, wäre das Ende. Karl muss aufgeben, ohne ein Tier besendert zu haben. Doch eine Beobachtung macht ihn stutzig. Er hat nur Weibchen gesehen, keine Männchen. Vielleicht bringen die Sechskimmerhaie hier vor Roatan ihre Jungen zur Welt. Und vielleicht gelingt es ihm ja beim nächsten Versuch, einen Sender anzuheften. Nachts sind an Landjäger aktiv, die tagsüber verborgen bleiben. Ihre Vorderbeine haben sich zu überlangen Tastorganen entwickelt. Ihre Fangscheren sind mit Dutzenden Haken und Stacheln besetzt, um kein Beutetier entkommen zu lassen. Trotz ihrer Bewaffnung müssen sich Geiselspinnen vor den eingeschleppten Agarkröten in Acht nehmen. Diese unersättlichen Eindringlinge verfügen über Giftdrüsen auf der Haut und haben immer Hunger. Ohne natürliche Feinde vermehren sie sich auf fast allen karibischen Inseln rasend schnell. Ähnlich hohe Reproduktionsraten haben die ebenfalls eingeschleppten Mäuse. Geht die Mutter auf Nahrungssuche, muss sie die Kleinen schutzlos zurücklassen. Die fast 20 Zentimeter langen Hundertfüßer sind Räuber und gehen nur nachts auf die Jagd. Ihr giftiges Speichelsekret lähmt die Beute. Und verflüssigt das Gewebe, sodass der Jäger das Opfer aussaugen kann. Als sie zurückkommt, kümmert sich die Mutter sofort wieder um ihre Brut. Ob sie wohl wahrnimmt, dass eines der Jungen fehlt? Noch kann sich in den unberührten Sümpfen und Mangrovenwäldern vieler Inseln die Natur ungestört entwickeln. Doch Ökosysteme sind nie statisch. Besonders die Tierwelt der Karibikinseln ist geprägt von Einwanderern. Vom Festland kommen immer wieder Aras. Doch nur wenige dieser auf bestimmte Pflanzenarten spezialisierten Papageien überleben lange. Auf den Inseln finden sie oft nicht das Nahrungsangebot wie in ihrer alten Heimat. Boas, auf vielen Inseln die größten Raubtiere, sind da anpassungsfähiger. Durch die Isolation entwickelten sich eigene Unterarten. Manche sind kleinwüchsig, andere werden über fünf Meter lang. Agutis, auch sie eingewandert oder eingeschleppt, sind ihre bevorzugte Beute. Einer der etwa vier Kilogramm schweren Nager würde die Riesenschlange wochenlang satt machen. Die Boa riecht die Agutis über große Entfernungen mit der Zunge. Die Würgeschlange muss ganz nah an ihr Opfer kommen, um es erst zu packen und dann blitzschnell zu umschlingen. Doch das Aguti hat die Bewegungen bemerkt. Mit den Hinterläufen beginnt es zu trommeln, um die Artgenossen zu warnen. Die meisten Angriffe schlagen fehl. In den abgelegenen, bewaldeten und unbewohnten Ecken Roatans hat eine Art überlebt, die nur für ein paar Wochen im Jahr eine erstaunliche Veränderung durchmacht. Eigentlich ist der grüne Leguan ein harmloser, kletterfreudiger Pflanzenfresser. Doch im Februar und März werden die Männchen ungemütlich. Kein Rivale wird geduldet. Meist gelingt es den großen, farbenprächtigen Platzhirschen, die kleineren Artgenossen durch ein paar Drohgebärden zu vertreiben. Aber wenn eine der fast zwei Meter langen Echsen während der Paarungszeit keinen Rückzieher macht, wird es ernst und blutig. Auf dem Panzer der Krieger sind Narben allgegenwärtig. Abgebissene Gliedmaßen und tödliche Verletzungen sind keine Seltenheit. Die Rivalen belauern und provozieren sich. Zeigt sich dann an Weibchen, gibt es keine Zurückhaltung mehr. Diese Echsen kämpften schon so, als noch die Dinosaurier über dem Planeten stapften. Wie Ringer stemmen sich die Rivalen gegeneinander und suchen die beste Position für den Angriff. Die Kiefermuskulatur, die den imposanten Kragen formt, ist bei den Männchen viel stärker ausgeprägt als bei den Weibchen. Am Anfang heißt die Strategie noch Abschreckung. Je länger der Kampf geht, umso rabiater werden die Kontrahenten. Bis zu einer halben Stunde dauern die Auseinandersetzungen. Der unterlegene Sucht entkräftet das Weite. Der Sieger versucht sofort, den Weibchen zu imponieren. Doch zu spät. Dieses viel kleinere Männchen wusste den Übereifer der kämpfenden Riesen zu nutzen. Das Weibchen ist mit einem Nackenbiss fixiert. Gegenwehr ist zwecklos. Es ist immer gut, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Erfolgreiche Fortpflanzung auf den Inseln ist eine Sache. Die Eroberung neuen Lebensraums eine andere. Vögel tun sich leicht beim karibischen Inselhopping. Landbewohner wie Leguane oder Boas haben es da schwerer. Meist werden sie in der Hurrikansaison nach großen Stürmen zu unfreiwilligen Schiffbrüchigen. Reisen auf Treibgut über 200 Kilometer auf offener See sind belegt. Wanderungen stellen Unterwasserbewohner vor keine großen Herausforderungen. Das ist für ein sensibles Ökosystem nicht immer von Vorteil. Ein ungebetener Gast ist der Rotfeuerfisch. Eigentlich im Pazifik heimisch wurden um die Jahrtausendwende zum ersten Mal einige Exemplare in der Karibik gesichtet. Vermutlich stammen sie aus einem Aquarium. Heimische Raubfische wie die Zackenbarsche können mit dem giftigen Unbekannten nichts anfangen. Sie fressen ihn nicht. Ohne natürliche Feinde breitet sich der Rotfeuerfisch rasant über die ganze Karibik aus. Ein Siegeszug mit Folgen. Die Riffe sind leer. Wissenschaftler haben herausgefunden, ein ausgewachsener Rotfeuerfisch frisst bis zu 50 Kleinfische am Tag. Je schneller sich der Rotfeuerfisch ausbreitet, desto weniger Fische gibt es. Inzwischen leben in der Karibik fast 15 Mal so viele Rotfeuerfische auf einem Hektar Riff wie im Pazifik, ihrer ursprünglichen Heimat. Es wurde Zeit für die Biologen aktiv zu werden. Nick Bach harponiert jeden Rotfeuerfisch, den er finden kann. Um zu verhindern, dass die Riffe noch leerer werden, wird auch er zum Jäger der Karibik. Und er tut noch mehr. Wie viele Biologen und Tauchlehrer der Region organisiert er Ausfahrten mit Sporttauchern. Die Wissenschaftler sind wohl an der Lieblingskoralle der großen Tümmler abgetaucht. Wie an einer Bürste streifen sie sich hier Parasiten von der Haut. Nicks Idee, wenn alle Taucher zusammenhelfen, ist der Kampf gegen die Invasoren noch nicht verloren. Der Biologe trainiert die Sporttaucher im Harponieren. Erstes Ziel sind Kokosnüsse. Das ist ungefährlich und verschafft mehr Erfolgserlebnisse als ein bewegliches Ziel. Der Rotfeuerfisch bedroht auch den Nachwuchs vieler Raubfische. Die Biologen haben schon junge Barracudas und Zackenbarsche im Magen der Eindringlinge gefunden. Weil Rotfeuerfische, aber auf diese Art nur lokal, an häufig betauchten Plätzen erfolgreich bekämpft werden können, geht man auf vielen Inseln noch weiter. Wissenschaftler versuchen die großen Raubfische der Karibik darauf zu trainieren, die Aliens als Beute zu akzeptieren. Denn die Giftstacheln verletzen Haie und Zackenbarsche nicht. Schließlich fressen ihre pazifischen Verwandten die Rotfeuerfische auch mit großem Appetit. Alleine kann der Mensch den Vormarsch der Rotfeuerfische nicht mehr aufhalten. Vielleicht helfen die Jäger der Karibik mit, die Welt unter Wasser durch diese außergewöhnliche Aktion wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn das Ökosystem unter Wasser intakt ist, liefert es genug Fische als Nahrung für die Menschen hier. Denn gerade die armen Küstenbewohner sind von den Veränderungen als erste betroffen. Der Rotfeuerfisch ist nur ein Problem. Die Karibik verändert sich dramatisch. Die Netze bleiben leer. Überall gehen auch die Bestände der großen Raubfische zurück. Nur an zwei bis drei Vollmundnächten im Jahr, von Februar bis April, versammeln sich Tigerbarsche zur Paarung. Es sind seit Jahrhunderten dieselben Riffe, die sie dann aufsuchen. Die Männchen verschwenden viel Kraft mit Kämpfen, um ihre Rivalen aus dem Feld zu schlagen. Um zu imponieren, haben sie sich richtig in Schale geworfen. Intensiv leuchten ihre Schuppen in Schwarz und Weiß. Die unauffälligen, grau-braunen Weibchen warten abseits und beobachten genau. Mit welchem Männchen lohnt sich die Paarung? Doch als der für die Paarung alles entscheidende Moment gekommen ist, bleiben die Weibchen passiv. Nur die Männchen schießen nach oben. Und ins Leere. Eine ganze Generation ist verloren. Denn die Weibchen beteiligen sich nicht am Paarungstanz. Sie geben keine Eier ab. Der Samen, die Milch, wird von der Strömung davongetragen, ohne Eier zu befruchten. Wissenschaftler halten die Auswirkungen der menschenverursachten Klimaerwärmung für die Ursache dieser Katastrophe. Bei Einbruch der Nacht nimmt sich der Zitronenhai eine Auszeit. Im Unterschied zu anderen Haiarten muss er nicht unablässig schwimmen und kann sich am Boden ruhend von seinen Untermietern den Schiffshaltern putzen lassen. Auch nachts ist Vorsicht geboten. Eine Anemone bietet Schutz. Vorausgesetzt, man bleibt im Dickicht ihrer giftigen Arme. Und noch besser. Man hat seine eigene Anemone auf dem Rücken. Die Nacht ist die Zeit des Riffkalmars. Wenn Plankton aus den Tiefen des Meeres ins Riff aufsteigt und von Kleinfischen gejagt wird, schnellen seine Zehnfangarme vor. Auch die jungen Mangroven-Schnapper nutzen die Gunst der Stunde. Man muss ja nur das Maul aufreißen. Jeder Biss ein Treffer. Bis es zu viel wird. Das Fischlein hat Glück. Im ersten Morgenlicht verlassen Fregattvögel ihre Schlafplätze. Auf einem Beutezug legen sie manchmal über 400 Kilometer zurück und durchqueren dabei weite Teile der Karibik. Kleine Koralleninseln sind oft die erste Station ihrer tagelangen Reise. Menschen stören da nicht. Die Fregattvögel kommen zu dieser Jahreszeit aus einem ganz bestimmten Grund hierher. Im warmen Aufwind warten sie geduldig, bis andere Seevögel wie die Seeschwalben aktiv werden. Denn kurz vor der Paarungszeit im Frühsommer bringen die Männchen Geschenke, um die Weibchen gnädig zu stimmen. Geschenke, die aus dem flachen Wasser direkt am Strand stammen. Hier versammeln sich Millionen von Ehrenfischen zur Nahrungssuche und geraten in die Reichweite der Seeschwalben. Dank ihrer speziell geformten Flügel sind Fregattvögel die windigsten Flieger der Karibik. In größter Bedrängnis verschlingt die Seeschwalbe ihr Hochzeitsgeschenk selbst. Fregattvögel sind leichter gebaut als andere Vögel, haben sogar Fettdrüsen eingespart. Ohne wasserabweisendes Federkleid können sie nicht tauchen wie die Seeschwalben. Nasse Federn sind schwer. Satt werden sie trotzdem. Die Piraten der Karibik attackieren, bis die Opfer ihre Beute aufgeben. Ihre phänomenalen Flugfähigkeiten helfen ihnen dabei. Auffinde nutzen sie, um in große Höhen über dem Meer aufzusteigen. Den Walhaien folgen sie aus einem bestimmten Grund. Jedes Frühjahr schwemmen Strömungen riesige Mengen Plankton aus dem Atlantik vor die Küsten Mexikos. Der größte Fisch unseres Planeten filtert bis zu 1000 Tonnen Wasser pro Stunde, um sich an den Kleinstlebewesen satt zu fressen. Der an der Oberfläche schwimmende Walhai lotst die Fregattvögel zu anderen Planktonfressern, die für sie sonst schwer zu finden wären. Herings, Makrelen und Sardinen sammeln sich jetzt in riesigen Schwärmen. Doch für die wasserscheuen Fregattvögel ist die Beute so lange außer Reichweite, bis Hilfe aus der Tiefe kommt. Segelfische. Die Fregattvögel müssen nur noch warten. Denn die Segelfische drängen den Schwarm immer weiter an die Oberfläche. Davon profitieren die Fregattvögel. Mit dem Schwert werden einzelne Fischer aussortiert, kurz aus dem Gleichgewicht gebracht und eingesammelt. Und weil echte Piraten eben nicht anders können, bestehlen sie sich gegenseitig. Nach ein paar Minuten ist das karibische Teamwerk schon wieder vorbei. Wenn die Segelfische satt sind, gibt es auch für die Fregattvögel nichts mehr zu holen. Wer hungrig ist, muss bleiben. Wer satt ist, kehrt zur Kolonie zurück. In den Korallenriffen gehen sich die großen Jäger aus dem Weg. Haie sind die Top-Prädatoren unter Wasser. Schwarze Zackenbarsche werden zwar bis zu 100 Kilo schwer, doch wenn die über drei Meter langen karibischen Riffhaie auftauchen, treten auch sie den Rückzug an. Zackenbarsche sind ortstreu. Wie viele andere Rifffische verlassen sie nur ungern ihr Revier. Bei einer Hai-Invasion bleibt allen nur in Deckung zu gehen. Doch diesmal geht von den Haien keine Gefahr aus. Sie sind zur Hautpflege gekommen. An Weichkorallen streifen sie Parasiten ab. Ein Nassau-Zackenbarsch wagt sich als erster aus seinem Versteck. Er will die Situation nutzen. Ein Schwarm von Grundsamm ist durch die Haie abgelenkt. Gut getarnt sondiert er die Lage. Weil sie verletzt und kranke Fische fressen, erfüllen Zackenbarsche eine wichtige Funktion im Riff. Sie verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Die Wunde des Grunzers hilft dem Jäger. Er schmeckt die Blutpartikel. Daneben. Mit Geräuschen aus der Schwimmblase macht der Verfolgte seinem Ärger aus der Korallenhöhle lautstark Luft. Doch der Unterschlupf ist schon besetzt. Ein gesunder Grunzer drängt den Verletzten nach draußen, um sich selbst zu retten. Der Jäger hat Beute gemacht. Im Schwarm kehrt wieder Ruhe ein. Denn auch von den Haien scheint immer noch keine Gefahr auszugehen. Der Nassau-Zackenbarsch kann sich ungestört einem Weibchen nähern. Im Januar, zwei Wochen vor Vollmond, beginnen die ersten zaghaften Paarungsrituale. Der Bauch des Weibchens ist schon angeschwollen. Doch hier, in seinem Riff, kann der Liebhaber nicht erfolgreich sein. Auch wenn er noch so zärtlich ist. Männchen und Weibchen steht eine große Reise bevor. Wie so viele andere Fischarten legen auch Nassau-Zackenbarscher hunderte von Kilometern zurück zum Ort ihrer Geburt, um dort zu laichen. In ihr Revier zurückkehren werden nur wenige. Diese jährlichen Laichversammlungen werden gnadenlos abgefischt. Fast alle Zackenbarscharten der Karibik sind deshalb vom Aussterben bedroht. Bis der Mensch die Bühne betrat, waren Wanderungen von zehntausenden Tieren quer durch die Karibik zu den Mangrovenwäldern ein erfolgreiches Konzept. Die boten dem Nachwuchs mehr Schutz als das Riff. Natürlich lauern auch hier Gefahren, denn Jungfische locken andere Jäger an. Der Seidenreiher schreckt seine Beute absichtlich auf und tragt sie so ins immer flachere Wasser. Reier und andere Vogelarten leben in großen Kolonien direkt in den Mangroven. Kurze Wege sparen Kraft bei der Nahrungssuche und geben Zeit für den Partner. Die Erschütterungen lassen die reifen Mangrovenkeimlinge abfallen. Die über 10 Zentimeter langen Keimlinge sorgen dafür, dass sich die Mangroven ständig ausbreiten. Entweder sie wurzeln direkt vor dem Mutterbaum oder sie treiben davon und es entstehen weit entfernt neue Mangroven. So oder so formt sich ein Labyrinth des Lebens. Eine Kinderstube für unzählige Riff- und Raubfischarten. Deswegen verbringt Luis Lombardo viel Zeit in den Mangroven Yucatans. Seit Jahren sucht der Biologe an diesem Ort nach jungen Bullenhaien, die Fischer früher hier beobachtet hatten. Er glaubt, dass die Weibchen die Jungen im flachen Wasser Leben zur Welt bringen, weil sie so vor den kannibalistischen Männchen sicher sind und genug Nahrung finden. Für Barracudas ist das schon nachgewiesen. Sie ziehen erst ins Riff hinaus, wenn sie für die meisten Fressfeinde zu groß sind. Von jungen Bullenhaien keine Spur. Kaum noch kleine Zackenbarsche oder andere Haiarten. Die eingeschleppten Rotfeuerfische, die auch hier den Nachwuchs dezimieren, werden dagegen immer häufiger. Doch Luis hat seine Gründe, auf Hunderten von Kilometern die Mangrovenwälder Yucatans zu durchkämmen. Die großen Unterwasserjäger draußen im Riff sind von diesem Ökosystem abhängig. Mit seinem Team ist Luis direkt vor den berühmten Stränden der Touristenhochburg Playa del Carmen auf ein erstaunliches Phänomen gestoßen. Zwei bis drei Monate im Jahr versammeln sich hier direkt vor der Touristenhochburg Bullenhaie. Kettenhemden und Hosen aus Edelstahl sollen die Forscher schützen, denn sie müssen für ihr Vorhaben ganz nah an die aggressiven Tiere heran. An der Harpoon ist ein Peilsender befestigt, den Luis einem Weibchen anheften will. Der Sender soll helfen, deren Wanderung nachzuvollziehen. Fast alle Bullenhaie, die im Winter auftauchen, sind trächtige Weibchen. Luis glaubt, dass sie in den umliegenden Mangroven ihre Jungen zur Welt bringen. Viele Tiere kennt er seit Jahren, doch es werden immer weniger. Je weiter Fische wandern, desto größer ist der Risiko, gefangen zu werden. Nur wenn man ihre Routen genau kennt, kann man für großräumige Schutzgebiete, Schonzeiten und Fangverbote kämpfen. Mit Fischstücken versucht Luis' Kollege Charlie, ein fast vier Meter langes Weibchen in eine günstige Position zu bringen. Ein gefährliches Unterfangen, denn Bullenhaie sind unberechenbar. Luis muss den Hai genau am Ansatz der Rückenflosse treffen, sonst könnte er das Tier verletzen. Der Hai zeigt sich vom Einstich nur kurz irritiert. 30 Weibchen hat das Team inzwischen besendet. Über ein Jahr schicken diese Sender Daten an Empfangsstationen, die der Biologe über fast 100 Kilometer in Riff und Mangroven verteilt hat. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis Luis die Kinderstube der Bullenhaie entdeckt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn nicht nur die Bullenhaie sind stark bedroht. Das Verschwinden der Jäger in der Karibik ist ein deutliches Warnsignal dafür, dass das Leben aus dem Rhythmus kommt. Das ist der wahre Fluch der Karibik. Das ist der wahre Fluch der Karibik.